Hallo, in diesem kleinen Clip möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Multi-Aufnahme macht. Zuerst geht ihr natürlich auf die Roland-Seite, entsprechend unter roland.com Support. Dort wählt ihr natürlich das entsprechende Instrument an, in unserem Fall natürlich den Phantom. Dabei ist es egal, ob ihr jetzt Phantom 6, 7 oder 8 nehmt. Letztendlich sind die Treiber dieselben. Ich nehme jetzt hier einfach mal Phantom 7. Wenn ihr darauf geht, müsst ihr die entsprechenden Treiber runterladen. Hier also die Version 10.0 für Windows 10. Ansonsten habt ihr eine altere Version natürlich, die da runternehmen, die entsprechende Version. Zustimmen natürlich und runterladen. Das geht eigentlich recht schnell. Danach natürlich dann entpacken mit eurem entsprechenden ZIP-Programm. Und wenn ihr Windows 7 und 8 habt, müsst ihr die Treiber unbedingt installieren. Ich lade hier noch mal runter. Ihr müsst die Treiber für 7 und 8 installieren. Das mache ich jetzt mal hier. Da geht ihr dann einfach auf Setup. Das ist für Windows 10 nicht notwendig. Also jetzt für 7 und 8 ist es notwendig. Mit OK bestätigen und dann werden die entsprechend installiert, die Treiber. Hier kriege ich natürlich, weil ich Windows 10 nutze, eine entsprechende Fehlermeldung. So, ich bestätige das mal mit OK. Dann nehmt ihr ein herkömmliches USB-Midi-Kabel und steckt das in Gateout 1 rein. Das führt zu eurem Computer oder zu eurem Laptop. Ihr solltet dann, wenn ihr das Gerät einschaltet, die Meldung bekommen. Gerät wird eingerichtet und später natürlich. Das Gerät ist einsatzbereit. Phantom 678 ist eingerichtet. Betriebsbereit. Das seht ihr dann auch in euer DAW Phantom 678. Unter MIDI sollte das auch entsprechend eingerichtet sein, als MIDI-Treiber. Sollte das nicht der Fall sein, dann bitte folgendes machen. Unter entsprechender Gerätekonfiguration muss das natürlich nachgeholt werden. Da müsst ihr dann bitte schauen, dass ihr den richtigen ASIO-Treiber dann auch auswählt. Ja, unter ASIO-Treiber. Das ist wichtig, sonst funktioniert das alles nicht. Dann müsst ihr unter Umständen, je nachdem welche DAW ihr habt, natürlich auch den Bus einrichten. Ja, der ist bei Logic schon vorinstalliert. Hier müsst ihr dann entsprechend die Eingänge eben auswählen. Ich will hier dreimal einrichten, denn das Instrument, was ich jetzt hier einspiele, besteht aus drei Elementen. So, die sind hier dann automatisch auch mit dem Phantom schon zugeordnet. Dementsprechend muss ich natürlich aber auch die einzelnen Spuren dann nötige ich auch entsprechend zuweisen, dem Bus zuweisen, damit das hier auch funktioniert. So, das ist das Instrument, was ich nehme. Ich nehme jetzt hier mal diese Szene hier wähle ich aus, Jupiter Explore, die aus drei Elementen besteht, wie ihr hier seht, aus drei Elementen, die ich jetzt hier einspiele. So, ihr drückt jetzt natürlich entsprechend Aufnahme und müsst da natürlich sehen, dass die Aufnahme auch aktiviert ist in eurer entsprechenden DAW, sonst wird natürlich immer nur eine Spur aufgezeichnet. Ja, so, wenn ihr jetzt auf Aufnahme drückt, sollte auf jeden Fall, wenn ihr jetzt spielt, eure drei Elemente sollten dann eingespielt werden. Ich spiele mal hier jetzt was. Das ist jetzt hier sekundär. Eigentlich egal, ich kürze das hier auch mal ab. Wenn ihr das also gemacht habt, seht ihr auf jeden Fall, wenn ihr auf Stop drückt, eure drei Aufnahmen. So, diese drei Aufnahmen, wenn ihr die abspielt, sollten auch auswählbar sein. Also, was man jetzt erstmal hört, auf jeden Fall, dass es sehr übersteuert ist. Darauf komme ich später nochmal. Aber auf jeden Fall hat soweit schon mal geklappt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel die einzelnen Spuren auch mal anwählen. Ich nehme jetzt hier mal Spur 1. So klingt das. Spur 2. 1 und 2 zusammen. Jetzt mal Spur 1 muten. Wenn ihr jetzt mal, ich wiederhole das jetzt mal, dann werdet ihr hören, das ist jetzt Spur 2. Und jetzt nehme ich mal Spur 3 mit hinzu. Hier gehört ihr natürlich, dass es sehr, sehr übersteuert ist. Hier müssen wir natürlich mal sehen, wie wir das regeln können, auf was wir da achten müssen. So, das wäre also unsere erste Multi-Aufnahme. Sollte das bei euch nicht geklappt haben, bitte unbedingt nochmal in eure Gerätesteuerung gehen und nochmal überprüfen. Sind wirklich die richtigen Treiber eingestellt? Weil hier kann man schnell einen Fehler machen. Vielleicht auch nochmal eure ganze DAW neu starten. Das ist wichtig. Den Treiber nochmal wechseln. Also manchmal hapert es wirklich daran. Je nachdem. So, wenn ihr euch mal euren Phantom anschaut, dann habt ihr oder werdet ihr sehen, ihr habt hier einen USB-Output-Level. Ein USB-Audio-Output-Level, womit ihr also eure 16 Zonen entsprechend regeln könnt, sodass natürlich die Lautstärke entsprechend gut und sauber zum Computer ankommt. Also bei mir liegt hier der Audio-Output-Level bei ca. 2-3 Strichen. Und ihr müsst natürlich darauf achten, dass der Audio-Ausgang auch eingeschaltet ist. Und ihr muss auf Rot stehen. Bitte nicht auf Grün. Falls ihr auf Grün stehen sollte, bitte die Shift-Taste drücken und nochmal die Audio-Taste und zack, schon kann es losgehen. Ich mache jetzt hier nochmal eine Aufnahme. Kurze hier wieder etwas ab. Ja, und sieht doch schon viel besser aus. Man sieht, hier ist nichts übersteuert. Damit kann man auch schon arbeiten und entsprechend weiter editieren. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses kleine Tutorial was gebracht hat und wünsche euch natürlich viel Spaß beim Ausprobieren. Euer KeyPiano Channel.